Spuk! Hallo Monster, komm herein! Komm, komm, komm! Oh, was gibt's denn hier? Hier gibt es Ballonmonsterstäbe. Hier haben oben ein Monsterkopf und wenn man sie dreht... dann saust das nach unten und nach oben. Und außerdem gibt es da jede Menge Süßkram. Jede, jede Menge. Wer sich traut eins zu nehmen, darf eins haben. Und da habe ich sogar Reflektoren drin zum selber basteln. So wie da an der Wand, guck! Da an der Wand, da an der Wand! Siehst du wie die blitzern, wenn man da Licht drauf gibt? Spuk! Und ich bin ein... Nein, ich bin ein... Ein Küherpick! Siehst du was? Pick heißt nämlich Englisch Schwein. Deswegen bin ich ein Küherpick! Spuk! Sag allen Bescheid, dass sie kommen sollen! Verspuk! Im 3. Rathaus in Harrishausen! Verspuk! Verspuk! Verspuk!